hallo zusammen und einen wunderschönen guten abend willkommen zum turniertag nummero vier drei sterne wenn ich das richtig in erinnerung habe ja da kam vor einer stunde ein neuer sieg dazu sehr gut jetzt ist das a nicht mehr wirklich in dem drei sterne sturmangriff turnier genau und wir haben offensiv bisher zwei niederlagen ich hoffe dass wir heute nicht zwei weitere kassieren eine würde ich mit leben können holla die waldfee es geht ja gut los und warum steht der eigentlich außen ja wie auch immer wir spekulieren auf lila oder rot in der mitte jawohl das ist lila und die vier müssten reichen so jetzt machen wir den und machen wir den hat den bier angehauen okay dann legen wir rot rüber reichen die jetzt doch etwas spielen sollen jetzt braucht man hier lila kriegen wir vielleicht noch mehr hatte der eigentlich der hatte keinen sport oder gar nichts kommt denn der schaden her oh mein gott wo kam denn der schaden her ein muggy in der def ist aber auch selten rot lena lena rot ja das ding ist durch attack up def down mal die drei hat den und jetzt haben wir eine hohe chance auf mal hier oder oder so zack und zack und schön wow fast tausend nächster schrubbär tut mir leid lieber schrubbär wir haben viel rot bekommen ich will die nicht alle wegspielen aber der hatten tornt oder hat etwas spotten probieren mal eine sache gehen wir nehmen mal mit wie lange hält das denn jetzt nicht machen dürfen ich dachte ich kriege ihn dann weg mal kommt schon die nach rechts 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 so rot bitte rot bitte da ist es ist doch nicht wahr ach genau die 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 Wird wohl ewig leben, der gute Balthasar. Dann machen wir es erst mal so. Rot, Lila, jetzt ist er endlich weg. Dann kriegen wir noch ein bisschen rot. So, bevor du jetzt hier was umringst. Oh mein Gott, was hält die denn aus? Zack und Lila. Hm. So. Mono, los geht's. Viel rot ist es nicht, aber Potenzial. Das wird wohl in die Hose. Oh mein Gott. Oh, da habe ich Glück. Da hatte ich gerade massives Glück. Aber jetzt ist dort dieser Spott aktiv. Und die Outdoor-Tags werden gleich noch mehr Hager richten, oder? Kann ich hier irgendwie Debuffs entfernen? Ach, das ist der, nicht der der Spott hat, okay. Dann machen wir erst einmal den, den, den und den. Reicht das? Ja, okay. Die Seite ist weg. Komm, Rot. Hm. Oh mein Gott. Ich muss ihn hier machen. Glücklich? Och, nee. Das ist mein Gott. Ach, jetzt bin ich hier auch noch geblendet. Oh, oh. Wie viel. Hm. Oder? Alter, war weiter. Diese Fledermaus. Ist denn mit ihr nicht in Ordnung? Ja, aber ich muss es ja auch callen, bevor es losgeht. Hoffentlich kommen wir heute durch. Ohne Neueinkauf. Natürlich. Ich habe es gecallt. Hm. Hm. Es fehlt aber noch was. Es fehlt immer noch was für Rot. Und bald sind sie voll dort hinten. Oh mein Gott. Mir kommt ja echt nichts. Das ist die nächste Niederlage. Oh mein Gott. Und Gera löst von Melia aus. Ja, das Ding ist durch. Bum bum. Hm. Seit wann macht Melia so viel Schaden? Okay. Depressiv bin ich jetzt. Ähm. Ich bin auch nicht trotzdem fürs Zuschauen. Ist ja Gott sei Dank nur das Turnier und nicht der Krieg. Schade dir nicht, dass ihr einen Zaut rein müsst. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.